Vielleicht sind wir dann da, wenn ich wieder aufwache. Das ist wie wenn man beim Autofahren einschläft. Wir sind dann einfach da, auf magische Art und Weise. Oh Mann, ich wollte gerade einsteigen. Aber ich muss lenken, sonst fahren wir gegen den Felsen da rechts. Wir werden da hingeschippert. Ich will ja gar nicht wissen, wären wir wirklich zwischen Hannover und Bremen auf Spieler getroffen, was dann passiert wäre. Das wäre ja komplett eskaliert. Also wir wären draufgegangen. Wir wären draufgegangen. Ey, wir sind draufgegangen. Ich hätte uns verteidigt. Jetzt mit verbrannten Bananen beworfen. Was wollen sie machen? Ey, wir haben schon elf Meilen von 100. Das ist ja fast schon wie der Bus-Simulator. Haben wir mir ja nicht kein Papageien? Wo ist Polly? Kann man kaufen. So. Fahren wir eigentlich noch richtig oder fahren wir zu sehr steil nach Süden? Na du? Na ja. Ich werde einen Blick drauf schmeißen. Ja. Grimm, leck dich mit deinem leckeren Essen ab. Ja, theoretisch müsstest du jetzt durch diese zwei Inseln durch. Und wo du jetzt gerade bist. Und dann kommen wir eigentlich an. Also ein bisschen leicht links noch. Nein, nicht reingeschaut. Ja, okay. Links? Die kleine Insel da hinten. Du kannst, also jetzt fährst du geradeaus auf die andere. Jetzt müsstest du echt links einschlagen, um durch die beiden Inseln durchzufahren. Genau. Genau. Jetzt anvisiert gerade die richtige Insel? Ja, eigentlich schon. Wenn du jetzt gerade ausfährst, ja. Also jetzt nicht, ne? Okay, dann fahren wir jetzt. Ja, ja. Nicht Devils Raw. Devils Raw ist jetzt gerade rechts von dir. Ja, das schon. Ja. Und da musst du noch vorbei. Nee, links ist eine andere Insel. Da steht der Name jetzt gerade nicht, oder? Warte mal, ich kann doch anzoomen, oder? Das ist die, die gerade aufgeschaucht ist. Ja, ja. Aber die nicht. Ich meine, das da hinten ist es, wo wir hin müssen. Ja, perfekt. Nein, ist auch so. Die, die du jetzt anvisierst, wenn sie so bleiben, kommen wir an. Genau. This one. Grimm, um noch ein bisschen Panik reinzubringen, bitte. Ankern Sie jetzt. Nein, das machst du nicht. Nein, 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 nein. Drei Uhr nachts und alles in Ordnung. Das ist, äh, von wo ist das nochmal? Mein, ein Glück habe ich das Frack gesehen, an dem wir gerade vorbeigeschippert sind. Drei Uhr nachts und alles in Ordnung. Ist das von, das ist nicht von Robin Hood, oder? Ich weiß nicht mehr, ich kenne es irgendwoher. Ich brauche mal viel zu lange, bis ich hier mal irgendwie was... Oh, wie cool du summst. Das hat doch lenk. Was? Ich geh ein Steuer, was soll's. Nein, wir sehen doch das richtige Schirm. Das ist die Insel, wir driften nicht ab. Das ist die Insel. Eine Insel. Eine Insel, eine Insel. Genau, ich habe ein Glas voll Dreck. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen links ein, äh, ranfahren wollen, weil wenn wir jetzt so, äh, weiterfahren, kommen wir auf jeden Fall auf diesen großen Felsen und ich weiß nicht, ob wir da so gut an Land kommen. Land in sich! Alles klar. Die Rattencrew hat ein Land gesehen. Im Prinzip könnten wir so bleiben und gleich... Bleibt mal so rechts, rechts, rechts und, ja. Alarm? Nein, alles gut. Anker, Anker, Anker! Will doch da, runter an den Strang. Mein Gott, alles gut, Leute. Äh, genau. Jetzt Anker, sehr gut. Es ist doch alles gut. Es ist doch alles gut. Alles gut. Was denn? Das ist doch alles gut. Wow. So. Ah, ähm, Leute. Oh, scheiße. Ja, wir, ähm, ich, ja. Äh, wo haben wir Bretter? Warum werden die angeschaut? Weil das scheinbar eine Insel ist, die, äh, mit Skeletten und so bewohnt ist, Dings, keine Ahnung. Haben wir noch überhaupt Bretter? An Land. Ich hab gehört, an Land ist Holz. Ach nee, nicht Platz nehmen. Wie, wir haben Bretter in irgendeinem Fass? Ja, ich weiß nicht. Warum seh ich da oben den Chat? Warum seh ich da oben den Chat? Hä, wieso kann ich da nichts? Ach, da. Aber ich glaub, wir brauchen's gerade gar nicht, oder? Ja, weil wir grad ein bisschen irgendwie außer... Okay, wie hängeln das? Hä, haben die uns gar nicht getroffen? Oh, doch. Das klang nicht. Ist da eine Pistole? Das hat sie getroffen. Ja. Wir müssen stechen. Oh, aua, ich wurde getroffen, ey. Oha. Ja, rette das Boot. Wir, wir, wir machen jetzt... Ach, seid ihr jetzt einfach von Bord gegangen? Ja, super. Wir machen die Kanone unschädlich. Was sollen wir sonst machen? Woanders. Anlegen. Hat aufgehört zu schießen. Okay. Ich hab irgendwelches komisches Zeug in dem Fass gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Oh, ich bin tot. Holz, ich hab Holz gefunden. Oh, oh. Hallo. Hallo. Hallo, der. Seid ihr beide tot? Nein, ich brauch Banane. Wie esse ich nochmal? Dann nimmst du die Banane in den Mund. Das ist die unschuldige Lache. Oh, oh, Geysir, krass. Ich bin hochkatapultiert worden. Der hat mich auch erwischt. Hast du Holz? Brauchst du Holz? Ich hab Holz. Holz ist schon drin? Hast du schon repariert? Hast du das Wasser rausgetan? Ich hab alles gemacht schon, ja. Roxy war voll fleißig. Ja. Bist du jetzt einfach von Bord gegangen, Roxy? Ja, hä, was wollt ihr? Nein, ich bleib ja für immer da und krieg überhaupt nichts. Inseln? Einer muss doch aufs Boot aufpassen. Gar nicht. Wir haben da nichts drauf. Das ist nicht schlimm. Oh. So. Hat irgendjemand Ahnung? Wegen der Karte und so? Ich halte, ich schaue. So. Wo sind wir denn? Jetzt muss ich selber einmal gucken. Da ist der Felsen. Ah, oh, Geister. Hier sind Geister. Ja, okay. Oben ist schon die erste Truhe, wo man schaufeln kann. Äh, wie kann ich die umklatschen? Wo ist mein Messer? Ich weiß nicht, wo meine... Komm, kommt der Steuerung null klar, ey. Das ist echt krass. Meine hier müsste dann die erste Truhe liegen. Ich hab keine Munition, das war ja klar. Perfekt. Sofort getroffen. Oh, was ist das denn für eine Truhe? Äh, äh, Hilfe. Hilfe auch. Ich weiß nicht, wie kann ich mein dummes Schwert ausrüsten? Ich komme mit der Steuerung einfach nicht klar. Der Geist, hier hat mir das Reben gerettet. Oh Mann, ey. Hinter dir, hinter dir. Ich muss, glaube ich, doch mit Tastatur spielen. Ich komme irgendwie mit dem Controller nicht so gut klar. Hilfe, kämpf mal bitte. Wie kann ich meinen Säbel nehmen? Das ist ja panisch hier. Ich meine, das ist wirklich... Okay. Okay, Tastatur. Wie nehme ich auf eine Tastatur den Säbel? Steht. Mausrad, geil, danke. Oh mein Gott. Hilf mir. Ich sterbe gleich. Nicht, was der Koch nicht lösen könnte und Explosionen. Weiter ausgraben. Du musst noch mal die Schaufel benutzen. Ja, ich bin hier... Ich muss jetzt erst mal mich hier zurechtfinden. Wo kriege ich die Schaufel? Mann, ey, was ist denn hier? Nein, nein, nein. Jetzt dürft ihr mir sagen, welche Taste was ist. Alles müsste man fest machen. Das sieht aus wie eine Truhe für einen Koch. Wie öffne ich mein Inventar? Auf I. Sucht eure eigenen Thronen, das ist jetzt meine. Ich warte auf dem Schiff. Hilfe. Du wolltest Abenteuer. Du wolltest Abenteuer. Jetzt hast du's. Ach, wir müssen vier Truhen sammeln auf der Kiste. Ja, eben. Wirklich, vier Truhen sammeln auf dieser Kiste. Scheiße. Was? Käpt'n! Nimm meine Seele, Fährmann. Ihr könntet auch zu mir kommen, wenn ihr seid und mich retten. Aber ich glaube, das... Wie kann ich die Truhe noch mal hinplatzieren? Ich muss dich retten. Rette mich. Halt mich. Es wird zu dunkel. Okay, du bist zu spät, Schuss. Sehr zuverlässig. Weiß ich ja Bescheid. Ich komm dich retten. Irgendwann. In zwei Wochen. Du weißt schon, ne? Der Wille zählt. Leute, der Wille zählt. Wo ist der Rest? Auf X. Auf X? Also, es geht echt... Also. Der Controller geht gar nicht. Die nächste Truhe ist... Ich komm mal wieder an Land. Die ist nicht mehr auf der Zunge. Das war die einzige Truhe. Auf der nächsten Zunge sind zwei, glaube ich. Okidoki. Was ist eine Zunge? Landzunge. Eine Landzunge, Mann. Nicht zum Kochen. Hier zwischen. Hier sind zwei Truhen. Ich möchte auch einer ausgraben. Ja, komm zu mir. Ich komm. Oh, eine Höhle. Ich untersuche die geheimnisvolle Höhle. Ja, mach das. Man findet ja auch noch andere Sachen hier. Man muss ja nicht nur... Boah, die Geysiere, ey. Heftig. Ich komm, ich komm. Also, ich meine da, wo ich stehe. Genau da, wo ich stehe. Okay. Hier, wo ich stehe. Ich verteidige dich. Ja, sehr gut. Ja, perfekt. Ja, sehr geil. Und weiter. Hoffentlich. Es gibt auch eine Truhe, die heult die ganze Zeit. Und die setzt dann wirklich unser Schiff unter Wasser. Dann musst du, wenn man die dabei hat, muss man dann immer gucken, dass das Schiff nicht untergeht. Nehmen wir gar nicht mit. Wow. Doch, die geben ja auch manchmal was. Das ist ein Fass. Ja, kann sein. Achtung, hinter dir Geysir. Ja, ich? Oh, wow, ja. Ach, brechen die einfach irgendwo auf, die Geysir? Ja. Krass. Truhe des 1000, alles klar. Ja. Du nimmst die jetzt, aufheben und zum Schiff damit. F. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt muss ich einfach gucken, wo ist denn das Schiff? Wo ist das Schiff? Warum? Oh nein, ich bin betrunken, weil ich die Truhe trage. Oh nein, ich bin besoffen. Die Truhe macht mich betrunken. So, die nächste Truhe. Was ist denn die Truhe, von der du sprichst? Doch, Grim, willst du? Das ist hier bei der Flasche. Grim, willst du sie übertragen? Ich liebe diese Truhe. Ja. Ich habe eine Mission gehalten. Sofort besoffen. Hallo, Starfighter. Theoretisch ist die hier. Da, wo ich stehe. Oh Gott, ich komme überhaupt nicht vorwärts hier. Jo, perfekt. Oh mein Gott. Wie perfekt ich die treffe. Jetzt sind es wieder Skelette hier, oder was? Das kann sein. So. Oh, wie die nicht, wie sie nicht. Piu. Wie lege ich sie ab? X, habt ihr gesagt. Sie sind gleich tot. Ja. So. Oh mein Gott. Die Truhe liegt hier in der Ecke. Perfekt. Oh. Ich habe nichts mehr zu essen. Das ist schlecht. Haben wir noch irgendwas zu tun? Schlimm, Koch. Ich brauche Essen. Koch. Ja, wir haben noch eine Truhe. Ich brauche Essen. Lass es fallen. Lass es fallen. Das wird fallen lassen. Kann es, ich kann es aufgeben. Also für euch zum Tipp, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr mit dem Schwert kurz links drückt, klar haut der, aber wenn ihr lang gedrückt haltet, macht der so einen Frontspurtangriff. Ja, ich weiß, aber ich muss jetzt was essen hier. Was ist hier in dem Topf? Warte, 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 warte. Ich habe da was für dich. Bananen. Oh, das wollte ich nicht. Ich krammle die Kiste weiter aus, ne? Ist das okay? Ja, richtig. Das ist doch ein Kanatapfel. Oh, es gibt dann, glaube ich, noch eine Truhe auf der Insel. Echt? Vier Stück? Drei haben wir, oder? Und da fliege ich. Oh, Hilfe! Wow. Ich gehe da nicht mehr hin. Das ist böse. Einige gibt's Grimm, komm mit. Wir holen uns die letzte Truhe noch. Aber da gibt's doch viele Geysire. Ja, die tauchen halt einfach auf. Die machen mir Angst. Aha. Oh, ich schick fest. Wo muss ich lang? Hilfe. Oh nein. Geh ich jetzt drauf? Oh, ich bin tot. Die Kiste liegt hier. Seht ihr, wo ich tot bin? Deine Aufgabe, du musst sie holen. Hier unten ist die Truhe. Kriege ich jetzt irgendwie diese... Warum kriege ich diese Truhe nicht? Warte mal. Vier. So. Hier, wo ich bin. Achtung. Ich überprüfe nochmal. Wo ist der Kristall? Das ist der Kristall auf der Karte. Hi, Fairman. Da, wo ich stehe. Genau. Alles klar, ciao. Du falsches Loch. So. Meine Truhe habt ihr jetzt noch nicht geholt, ne? Ne, das musst du machen. Sie hat auch deine Truhe. Ja, ich weiß nur gerade nicht genau, wo ist sie denn? Die müsste ja irgendwo dann hier sein, oder? Wow. Boah, ich weiß gar nicht. Ist die... Hat irgendjemand aufgepasst? Das ist jetzt schwierig. Das Schiff ist da. Also es könnte halt irgendwie hier sein. Äh, hier ist die Truhe nicht. Wow, hier kommt auch... Oh Gott. Käpt'n der... Käpt'n? Du bist der Käpt'n. Ich bin der Käpt'n. Käpt'n so Duncan... Duncan-Sailor. Wir müssen jetzt die Truhe ab... Hast du die Truhe aufs Schiff gebracht? Nein, hier ist ein Skelett, aber es macht irgendwie nichts. Ich gehe. Äh, ich find... Ich such die gerade noch, weil ich grad nicht weiß, wo ich gelandet bin. Oh. Auf jeden Fall, ein Skelett. Ignorier den Creep. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Riesiges Thomas-Aroch-Siren. Es ist ein riesiger Krebs. Es ist ein riesiger... Was? Es ist Mr. Krebs. Was, wo? Oh mein Gott. Scheiße, hast du die Truhe verloren? Wo hast du die Truhe verloren? Hä? Ich dachte, ihr habt sie. Es ist meine Truhe. Ich hab deine Truhe gefunden. Sehr geil. Wo ist der Krebs? Ist er noch da? Weil der Truhe. Er ist ganz langsam und vernichtend. Lauf. Okay. Der Krebs, der ist riesig. Aber der hat einen Klunker an seiner Brust. Wollen wir den Klunker? Moment, was hat der? Kann man den kochen? Bestimmt. Wir wollen jetzt erstmal die Truhen schicken. Also wir könnten am besten, wenn wir den Krebs nach vorne locken könnten, mit der Kanone draufhalten. Wenn wir den hier hinlocken könnten. Aber ich weiß nicht, wo ist er denn? Oder geht der wieder zurück? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Kannst du ihn anschieben? Ich muss ihn ja erstmal finden. Krebsi. Krebsi, Krebsi, Krebsi. Oh mein Gott. Oh, ich brauche Munition. Stimmt. Ihh, äh, komm mit. Krebsmann. Komm. Arsenal öffnen. Au. Oh, es gibt den Sniper. Das ist doof. Wie zieh ich nochmal? Mit der 1000 Crocs. Hm. Au, au, ich glaube, das fand er nicht so geil. Aua, Hilfe. Oh, du. Schmerz. Ich seh's von hier. Also ihr könntet mal die Kanonen bereit machen. Ich hol den mal irgendwie zu uns. Ich hab keinen. Die Kanonen sind bereit. Au, 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 au. Lass mich. Au, schmerzt. Crazy. Oh, der macht dir auch die Geysire. Aua. Oh, was da ist? Ih, noch ein anderer Kreator. Okay, Hilfe. Ich werde drauf gehen. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Krass, der folgt mir mit seinen Geysiren. Hier ist so ein Vieh. Das könntet ihr... Mit der Harpune geht das übrigens auch. Dein Fleisch gehört mir, Muschelmann, da. Nice. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Gib mir dein Muschelfleisch. Ist der Krebsmann jetzt nicht mehr da? Ach, eigentlich schon. Doch, der braucht ein bisschen länger. Komm, Krebsmann. Der hat irgendein Kristall getroppt. Kann man die kochen? Nein, aber den können wir verkaufen. Den will ich kochen. Wo ist der Skäbsmann? Ich bin tot. Oh Gott. Der Muschelmann ist auf jeden Fall tot. Oh. Ab auf den Herd mit dir. Was weißt du, wodurch? Oh. Sky, sorry. Wir sind sie geklappen, Grabbeler. Alle Arten. Zwei von drei. Äh, der hat sich wieder eingegraben. Der, ich glaube, ich habe ihn getötet. Ich glaube, ich habe ihn wirklich getötet. Warum hast du eine Sniper? Na, weil wir ein Arsenal haben. Echt? Ist er jetzt hier gestorben oder? Hier liegt nichts rum? Hm. Er hat sich wieder eingegraben. Na, ich laufe immer falsch. Na gut. Wollen wir? Okay. Hat jemand Hunger? Also, ich würde jetzt mich unten ins Schiff stellen und euch alleine segeln lassen. Und ihr macht mal, weil ich was von der Beute haben möchte. Ähm. Ihr versteht, weil ich muss jetzt weg. Ja, aber... Ihr kriegt das ohne mich hin, oder? Ja, ja, aber du bleibst dann online, meinst du? Ja, ja, hier auf dem Schiff halt. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, wo wir das verkaufen gehen, das Zeug. Nein, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Quest gewesen, oder nicht? Müssen wir das abgeben? Eigentlich, ja. Oder? Ich hätte auch noch einen anderen Gegenstand. Er schmeißt alles unten auf den Boden. Äh, der Atem, der Meer ruft aus den Tiefen heraus. Äh, suche danach in der Schatzkammer der Lost Ancients. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Äh, boah, ich komme hier. Wo ist denn unser Auftrag? Ich finde das so schwierig, ey. Wo, wo sehe ich? Haben sie mich hier noch. Oh. Vom armen segeligen Schiffrex, Flün, erbeutete Schatzkisten. Findet auf dem Dürr des Goldenes, armen segeligen Piraten. Genau. Das heißt, ihr geht jetzt wieder zur Startinsel zurück, zu dem kleinen Zelt und gebt dem das Zeug. Ähm, ja. Das schaffen wir. Welche Insel war das? Kannst du die nochmal markieren? Klar schaffen wir das. Ich habe jetzt nur am Anfang nicht aufgepasst, wo wir gestartet sind. Wenn du nicht weißt, wo die Insel ist, dann lass mich die Insel markieren. Okay. Okay. Bälle, wenn du nicht weißt, wo die Insel ist. Hier ist es. Okay, sehr schön. Äh, wie kann ich wieder... Oder? Nee, hier ist es. F. Hier ist es. Hier ist es auf jeden Fall. Wegen den Stegen. Glaube ich. Ich habe gerade Angst, ich sehe gerade nichts. Kann jemand mal gucken, was ich hier mache? Nee, nee, ich weiß, wo sie ist. Das siehst sie. So, weil die andere Insel da oben drüber unsere kleine Plundersplite ist. Und ihr Außenposten Galleons Grave. Da müssen wir hin. Wenn du weiter ranscrollst, siehst du es. Dass die so heißen. Ihr solltet woanders lang segeln. Ja, sag mal Himmelsrichtung. Nord-West. Okay. Ich arbeite darauf hin. Nord-West ist Hauptziel. Gut, jetzt lasse ich euch machen. Ich stehe hier und hoffe, dass ich nicht sterbe. So, alle anderen, die jetzt im Stream dabei waren. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß noch haben werdet mit dem lieben Grimm und der Roxy. Roxy überträgt. Das heißt, ihr könnt da sehr gerne reinschauen. Wir machen hier einfach Stopp. Ich raide jetzt niemanden. Ich habe schon 20 Minuten überzogen. Das ist nicht so gern gesehen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja. Und eine restliche Woche. Restwoche. Und auch du, Roxy, vielen, vielen Dank, dass ich mitspielen durfte. Yes. Ist ein relativ lustiges Game. Man muss reinkommen. Na, chaotisch macht es auch Spaß. Das stimmt. Aber Leute, die das Spiel kennen, die denken sich nur, oh Gott, nee, da gucken wir nicht zu. Das ist ja schlimm. Nee. Genau, wir reden, wir quatschen. Grimm, vielen Dank, dass du da hier warst. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Verständlich. Und wir sehen uns dann wieder am Sonntag. Weil Freitag die Woche ausfällt. Sunday morning. Warum? Ja, weil, weil ausfällt. Ist einfach so. Wir sehen uns wieder am Sonntag, Grimm. Äh, Roxy? Ja. Nordwest, bitte. Ja, 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 ja. Ich sehe sie. Das ist, das ist gut. Äh, ja, ja, warte, ja. Ja, 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 ja. Ich bin da dran. Ich, ja, ja, ja. Hör auch zu lügen. Hör auch zu schlankern. Ja, warum, ja, weil, ist doch super, guck. Mein Hügel drängt an. Ich, 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 ich. Ich, 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 ich,